Kommen wir also zur Umsetzung und sichern einmal eine Datei oder eine Idee in der Blockchain mit OSDSP. Sie möchten Ihre Medien, das können Grafiken, Bilddateien, Audiodateien, PDFs und Textdateien sein oder auch Messdaten in der Blockchain mit einem digitalen Timestamp verankern. Als erstes gehen wir auf osdsp.ch und öffnen diese Website. Sie haben hier dieses Fenster, dieses Bild mit den Schlössern und wenn Sie darauf klicken, öffnet sich der Prüfsummen-Check. Ich habe auf dem Schreibtisch eine Datei, eine DIN-Spezifikation, welche wir in der Verabschiedung haben und ich möchte diese Datei nun in der Blockchain verankern. Das Ganze geht ganz einfach und wichtig hier zu sagen, Sie brauchen nicht einmal Internetverbindung. Wenn Sie dieses Fenster geöffnet haben, wir laden keine Dateien hoch, diese Datei bleibt bei Ihnen. Ich ziehe lediglich diese Datei auf das Checksummen-Fenster und mir wird ein Hash generiert. Ich doppelklicke diese Zeile und kopiere sie in die Zwischenablage. Danach gehe ich zurück auf osdsp.ch und werde die E-Mail hier von Daniel Mayertaler Assemble auswählen. Ich ersetze nun die Betreffzeile durch den in der Zwischenablage kopierten Hash und sende diesen an Daniel Mayertaler. Jeden Montag um 10 Uhr wird dann das Ganze in das OSDSP-Register und in die Blockchain verankert und Sie können sich die Register herunterladen und mit Ihrer Datei dann gemeinsam auf Ihrem Computer sicher aufbewahren. Somit haben Sie gewährt, dass Ihre Datei vor Veränderung geschützt ist. Mit einem digitalen Fingerabdruck. Simpel, einfach und erst noch gratis. Wie bereits im vorangegangenen Video erwähnt, ist natürlich auch ein Express-Proof möglich. Sie haben eine Datei oder eine schützenswerte Idee und Sie möchten nicht länger warten, rufen Sie Daniel Mayertaler an, um diese Idee oder Datei gleich umgehend in der Blockchain mit einem digitalen Timestamp-Fingerabdruck zu versehen. In diesem Sinne Proof Yourself mit OSDSP und schützen Sie Ihre Dateien vor Veränderung oder Missbrauch.